Rockstar bestätigt erstmals offiziell die Entwicklung von GTA 6, das Release-Datum und neue Features von GTA 5 Next-Gen sind bekannt und Dying Light 2 legt einen spektakulären Start hin. Heute ist der 7.2.2022, Andi und Alex, ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag und hier kommen die News mit Jules. Rockstar hat offiziell bestätigt, dass sich GTA 6 in der Entwicklung befindet. Hä? Wir spekulieren doch seit Jahren darüber, wann der Nachfolger des umsatzstärksten Entertainment-Produktes aller Zeiten endlich rauskommt. Das wird doch wohl keiner daran gezweifelt haben, dass man daran arbeitet, oder? Nicht wirklich, aber dennoch spricht hier zum ersten Mal Rockstar selber direkt über den Nachfolger. Die Entwicklung schreite gut voran, heißt es, und wie bei jedem neuen Projekt wolle man auch mit dem nächsten GTA über alles hinausgehen, was man bisher geschaffen habe und werde weitere Details liefern, sobald man dazu bereit ist. Nun ist es nicht unüblich in der Videospielbranche, die Entwicklung eines Titels zu bestätigen, bevor man konkret etwas zu zeigen hat. Rockstar war dafür bisher aber eher nicht bekannt. Bei Red Dead Redemption 2 etwa gab es direkt einen Trailer mit Release-Datum zu sehen. Das zwar nicht eingehalten wurde, aber dennoch, die Tatsache, dass die Ankündigung nun auf diese Art erfolgt, könnte ein Indiz dafür sein, dass ein Trailer- oder Release-Datum im Falle von GTA 6 noch ziemlich weit in der Zukunft liegt. Oder dass man sich noch auf der Suche nach Personal für die Entwicklung befindet, was zum Beispiel ein Grund für die frühen Ankündigungen von Crysis 4 oder dem Blizzard-Survival-Spiel war. Erst vor ein paar Wochen hatten wir über einen Analysten berichtet, der anhand der Finanzvorausplanung von Take-Two einen Release im März 2024 vorhergesagt hatte. Ein Datum, das sich mit den Aussagen anderer vermeintlicher Insider deckt. Auch wenn wir wissen, dass die Entwicklung vorangeht, kann das also immer noch sehr lange dauern, bis wir etwas zu sehen bekommen. Im Zuge der gleichen Meldung hat Rockstar auch das finale Release-Datum für die Next-Gen-Version von GTA 5 bekannt gegeben. Am 15. März ist es soweit und die grafisch aufgebohrte Version erscheint für PS5 und Xbox Series. Die Rede ist von einer Auflösung bis zu 4K, Framerate bis zu 60FPS, Upgrades für die Texturen und die Darstellungsdistanz, HDR-Optionen und Raytracing. Außerdem verspricht Rockstar schnellere Ladezeiten, 3D-Audio-Support sowie haptisches Controller-Feedback für den DualSense. PS4 und Xbox One-Spieler werden sowohl ihren Kampagnen als auch ihren Online-Fortschritt auf eine der beiden Next-Gen-Konsolen übernehmen können. Für alle anderen gibt es mit dem neuen Career Builder einen neuen Einstieg, der sie direkt mit einem der zahlreichen illegalen Geschäfte, einem ordentlichen Geldpaket und einem neuen Tutorial starten lässt. Außerdem gibt es Next-Gen-exklusive Updates für fünf neue und fünf existierende Fahrzeuge über den neuen Chaos Special Works Autoshop. Was immer noch unklar ist, ob es ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für Besitzer der bisherigen Konsolen-Version geben wird. Wir wissen nur, dass GTA Online als Standalone-Version für PS5-Spieler in den ersten drei Monaten kostenlos sein wird, abgesehen vom benötigten PS-Plus-Abo. GTA 5 ist das umsatzstärkste Entertainment-Produkt aller Zeiten und Rockstar verkündete im November sage und schreibe 155 Millionen verkaufte Exemplare. Dying Light 2 hat einen verdammt starken Start hingelegt. Mit 274.983 gleichzeitigen Spielern stellte man einen Top 25 Rekord auf Steam ein. Mit 45.876 gleichzeitigen Spielern hat man damit den Vorgänger um Längen übertroffen. Zum Vergleich, auf Platz 1 dieser Liste befindet sich PUBG Battlegrounds mit sage und schreibe 3,2 Millionen gleichzeitigen Spielern. Knapp dahinter CSGO mit 1,3 Millionen. Aber dennoch ein großer Erfolg für das Zombiespiel. Die Dying Light 2 Erfahrung ist derzeit noch nicht für alle Spieler anwandfrei, denn zahlreiche Bugs trüben den Spielspaß. Auf Twitter veröffentlichten die Entwickler nun eine lange Liste an Problemen, die schon in Kürze mit einem kommenden Update gefixt werden sollen. Unter anderem sollen Verbindungsabbrüche in Koop-Partien reduziert und diverse Absturzursachen aus der Welt geschafft werden. Außerdem gibt es visuelle und Balancing-Anpassungen sowie Performance-Optimierungen. Speziell auf der PS5 soll ein störendes Bildschirmflimmern entfernt werden. Dying Light 2 Stay Human erschien am Freitag für PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Morgen erscheint der dritte und letzte große Season Pass DLC für Far Cry 6, in dem wir den charismatischen Bösewicht Joseph Seed aus Far Cry 5 verkörpern. Das Gameplay beschreiben die Entwickler als eine brandneue Erfahrung, die vom Roguelite-Genre inspiriert wurde. Wir begeben uns auf eine Reise durch Josephs Gedanken, bekämpfen unsere ehemaligen Gefolgsleute nachdem unser Kult zerbrochen ist und konfrontieren unsere Familienmitglieder im Kampf gegen unsere inneren Dämonen. In den beiden vorherigen DLCs verkörperten wir bereits den ikonischen Vaas aus Far Cry 3 und Pagan Min aus Far Cry 4. Far Cry 6 erschien am 7. Oktober 2021, ein siebter Teil könnte die Formel Gerüchten zufolge mit einem größeren Fokus auf Online-Mehrspieler verändern. Hogwarts Legacy, das heiß erwartete Harry Potter-Rollenspiel soll dieses Jahr endlich erscheinen. Und das Releasedatum eines dazugehörigen Art-Books könnte nun auch auf den Release des Spiels hindeuten. Am 6. September 2022 erscheint The Art and Making of Hogwarts Legacy. Das Buch ist verfasst von Jodie Ravenson, die unter anderem bereits ein Behind-the-Scenes-Buch zu Fantastic Beasts veröffentlicht hat. Nun scheint es ziemlich wahrscheinlich, dass das Spiel in großer Nähe zu dem dazugehörigen Art-Book auf den Markt kommen wird, auch weil der 1. September das Datum ist, an dem die Schüler nach den Sommerferien zurück nach Hogwarts ziehen, was natürlich ebenfalls sehr passend wäre. Hogwarts Legacy wird von Avalanche Studios entwickelt und lässt uns einen selbst erstellten Charakter in der Welt von Harry Potter verkörpern. Das Spiel sollte ursprünglich bereits letztes Jahr für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erscheinen. Das waren die heutigen News, vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren, ihr helft uns damit sehr weiter, schaut euch außerdem gerne unsere neueste Trailer-Rotation an, da gibt es viele spannende neue Trailer zu sehen. Ich bin raus für heute, haut rein und denkt immer dran, ihr seid wunderschön, lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen, euer Jules. TIPS